Es ist jetzt schon spät und ich wollte nur mal sagen, wir freuen uns schon ganz dolle auf so einen Termin, den wir da so geplant haben. Und zwar am 8.10. Ja, das war schwer jetzt. Ja, und am 9.10. Da haben wir nämlich unsere offizielle CD-Veröffentlichungspartey. Und zwar nicht nur in Bülsen, wo man es jetzt erwartet hätte, sondern auch in Lüneburg. Und das komprimiert an einem Wochenende. Traumhaft. Und es wäre natürlich schön, wenn ihr erscheint. Denn auf jeden Fall, nee, wir freuen uns total. Können wir das nochmal hören, bitte? Das war so ein schöner Ton. Und ja, das wollte ich eigentlich nur sagen. Und jetzt bin ich auch im Arsch. Und jetzt will ich auch bald mal nach Hause. Ich bin nämlich müde, total. Aber wir sehen uns ja eh bei Facebook und den ganzen anderen. Graffelt. Morgen früh. Tschüss. Tschüss.